Willkommen zu dieser Durchsicht am Ende einer Woche, in der Bundeskanzler Olaf Scholz vor den Bundestagsabgeordneten wieder einmal als genialer Textbaustein-Jongleur auftrat. Getarnt war der Auftritt als Fragestunde, aber Scholz hat daraus eine ganz eigene Kunstform der Kommunikation entwickelt. Um das Beantworten von Fragen ging es hier nicht, aber der Blick in Olaf Scholz' Textbaustein-Kasten ist schon interessant, beispielsweise, wenn es um das G7-Treffen und den sogenannten Klimaschutz geht. Ein großes, wichtiges Thema, das nur untergehakt zwischen den Staaten der Welt gut funktionieren kann. Und deshalb ist es ein großer Fortschritt, dass der Vorschlag, einen Klimaclub der gleichgerichteten Staaten, derjenigen, die bis zur Mitte dieses Jahrzehnts klimaneutrale Industrieländer wollen, zu schaffen. Dass dieser Vorschlag Unterstützung gefunden hat, das ist das eine weitere gute Ergebnis aus diesem G7-Treffen in Deutschland. Was für tolle große Worte. Untergehakt sind wir. Es gibt gleichgerichtete Staaten. Nein, sagen Sie jetzt nicht, was Ihnen dazu gerade durch den Kopf geht. Auch der beeindruckende Satzbau stimmt. Als es dann um Inflation, Energiemangel und Wirtschaftskrise ging, kam auch wieder ein vertrautes Textbausteinchen zum Einsatz. 30 Milliarden haben wir als Entlastungspakete für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht. Aber das wird nicht reichen, sondern was wir jetzt brauchen, ist, dass wir uns unterhaken. Und als es um den mittlerweile konzertierte Aktion genannten Krisengipfel mit Arbeitgebern und Gewerkschaften geht, hören wir wieder. Wir wollen eine Verständigung erreichen mit den Sozialpartnern, mit der ganzen Gesellschaft, weil es hier darum geht, dass wir uns unterhaken. Verständlich, dass Linken-Vorsitzende Janine Wissler da mal eine Nachfrage hatte. Könnten Sie konkretisieren, was genau Sie unter Unterhaken meinen und was da Ihre Vorstellung ist? Diesem linken Misstrauen gegen die sogenannte Sozialpartnerschaft trat der Kanzler ganz entschieden entgegen und verteidigte dabei einen seiner Lieblingstextbausteine. Ich glaube, dass man auch versuchen sollte, sich aus der Welt der eigenen Vorurteile irgendwann mal zu befreien. Es ist immer nie zu spät im Leben, das irgendwann mal zustande zu bringen. Und die Empfehlung möchte ich hier auch gern loswerden. Das Zweite ist, ich glaube, dass es völlig richtig ist, zu sagen, dass die Konzertierte eine notwendige Aktivität des Unterhakens ist. Das ist keine Bedrohung, sondern das empfinden viele Bürgerinnen und Bürger als genau das, wozu es gemeint ist. Nämlich sie nicht alleine zu lassen angesichts der großen Preissteigerung. Also, liebe Bürger, wenn ihr bald wieder verzweifelt, der Kassiererin im Discounter gegenübersteht, weil die Preise für das Nötigste gerade das Haushaltsbudget sprengen, dann kann die Regierung zwar nicht praktisch helfen, aber der Kanzler ist im Geiste untergehakt bei euch. Welch eine Hilfe in schwerer Zeit. Nun überzeugte Olaf Scholz' Auftritt nicht nur mit schönen Textbausteinen, sondern auch mit Glanzstücken scholzscher Dialektik. Die Frage nach dem von Fachleuten empfohlenen Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke, um den Energiemangel zu lindern, beantwortete der Kanzler zunächst so. Deshalb ist es so, dass wir ja für die Zeit, um die es uns jetzt zuallererst geht, nämlich dieses Jahr, die Atomkraftwerke laufen haben. Sie werden gerade in diesem Sommer gebraucht, damit möglichst viel Strom von ihnen produziert wird und wir deshalb auf Gas als Produktionsquelle verzichten können. Also sind Atomkraftwerke jetzt noch wichtig, um Gaskraftwerke zu ersetzen und das Gas zu sparen, damit es anderweitig verwendet werden kann. Im nächsten Jahr ist aber alles anders. Wie Sie sicher wissen, geht es ohnehin nur um Stromproduktion. Wenn man die Atomkraftwerke betrachtet, das, was wir an Heizenergie brauchen, was wir an Prozessenergie für die Unternehmen brauchen, das kann dadurch gar nicht ersetzt werden. Es geht also nur um einen kleinen Teil der Stromproduktion. Und da sind die Fachleute der Ministerien mit ihrer Expertise zu anderen Erkenntnissen gekommen, als die, die sie in ihrer Frage untergebracht haben. Wirklich ein echter Scholz. Der Kanzler kann aber auch innerhalb von Minuten völlig gegenteilige Aussagen treffen, ohne dass es einer merkt. Beispielsweise hinterfragte ein AfD-Abgeordneter den Sinn einer Hilfszahlung von 10 Milliarden Euro an Indien, obwohl das Land gerade zusieht, Gewinn aus dem Ukraine-Krieg zu schlagen. Jetzt muss ich leider feststellen, dass Indien sich nicht an den Sanktionen beteiligt. Im Gegenteil. Indien kauft gerade russisches Öl zu 25, 30 Prozent Rabatt im Vergleich zum Weltmarktpreis, exportiert diese Kraftstoffe, diese raffinieren dann auch noch nach Europa. Im Mai sind die Exporte da um 50 Prozent gestiegen, 540.000 Tonnen sind es. Jetzt hat Freitag Indien auch noch angekündigt, Exportzelle einzuführen, also 16 Cent pro Liter. Anders formuliert, Indien beteiligt sich nicht an den Sanktionen, sondern versucht die auszunutzen und bereichert sich auch noch daran. Als Haushälter stelle ich mir immer die Frage, ob die geplanten Mittel zum Zweck passen. Also sind wir in der Lage, mit den 10 Milliarden Euro den Zweck zu erreichen? Wenn jetzt das Ziel war, so eine wirtschaftliche Balance einzuführen mit Indien, muss man leider feststellen, das hat nicht funktioniert. Also wenn man frech ist, kann man auch sagen, die Inder bereichern sich auch an der Geschichte hier. Deswegen würde ich mich fragen, möchte ich Sie fragen, halten Sie an den 10 Milliarden Euro fest und was erhoffen Sie sich zukünftig noch davon? Im Vergleich zu dem, was die Entwicklungshilfeministerin gesagt hat. Wir halten an unserer Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe fest. Ja, die Frage will ich klar beantworten. Aber wir haben auch gute Gründe dafür. Und ich glaube, dass man sich entfernen muss von dem, was letztendlich hinter Ihrer Frage steht, eine etwas imperialistische Geste gegenüber der übrigen Welt. Die Vorstellung nämlich, dass alles und alle sich nach unseren eigenen Ideen richten. Minuten zuvor hatte er den Sinn der 10-Milliarden-Zahlung allerdings noch so begründet. Es ist wichtig, dass wir unseren internationalen Verpflichtungen nachkommen und dass wir dazu beitragen, dass zum Beispiel andere Länder auch den Weg einschlagen, den wir für die ganze Welt wichtig finden, nämlich CO2-neutral Wirtschaften zu entwickeln. Und wenn sie unserem Weg folgen, dann bekommen sie dafür auch unser Geld. Was für eine inhaltliche Flexibilität. Vor vielen Jahren hatte Martin Sonneborns Die Partei einmal Inhalte überwinden im Wahlkampf plakatiert. Damals war das noch Satire.